Wir könnten, wir könnten, äh, Kevin Teller und wieder ein Welte Oli machen. Oli? Chillig? Oli immer chillig? Mit Games, mit Games, die ich mit Basti sonst nicht zocken kann. Dann können wir sowas machen wie CSGO Aim Map 1v1 oder sowas auch. Boah, das wär, das wär huge, Alter. Alright, äh, was ist der Einsatz? Filmstab gibt's? Wir können auch sowas machen wie ein Tweet oder so. Tweet können wir auch machen. Okay, machen wir ein Tweet. Boah, geil, Alter. Okay, dann brauchen wir, brauchen wir, äh, Games. Wir machen ja, wir machen ja, wir machen ja, wie schlagt den Rat mäßig? Was ist denn 1 bis 17 addiert? Wir fragen JGBT. Addiere alle Zahlen von 1 bis 17. 153. 76,5. Also wer als erster von uns 77 Punkte hat, hat gewonnen. Alright, wir fangen an mit Speedrunners. Okay. Fünf Sub gibt's für den Dägg-Winn von Melule. Hä? Hä? Ey, Bro, wir können auch ein anderes Game nehmen. Ich glaube, du hast hier gar keine Chance. Ich hab hier absolut keine Chance. Obwohl, auf der anderen Seite ist es nur um einen Punkt. Oder wir können auch machen, ich wäre auf korrekt, weil du hast es anscheinend wirklich noch nicht so oft gespielt. Wir können es wegen mir so machen, dass du, dass das hier eine Aufwärmrunde ist. Oh mein Gott. Ja, DJ, du hast verkackt. Ich komm gleich vorbei, Alter. Du hast gar keine Chance. Krach, Alter, ich hab ich noch nie gespielt. Ey, ja, das Ding ist ja... Du meinst, du hast das Game of the Mames gespielt? Einmal gespielt, Alter. Irgendwann mal. Du weißt ja nicht, tryhnen hier so krass immer. Das war krass aber von dir. Wie schmeckt dir die Kiste? Kannst du ja mal sagen. Ich hab vergessen, ich mein... Oh, das hat jetzt gar nicht so viel gemacht. Na, geht. Digga, wohin? Digga, ich zog einfach mit einer Hand. Digga auch, hä? Wie willst du so mit beiden Händen spielen? Hä, wie? Mit Pfeiltasten und Y und so. Spielst du mit einer Hand? Das ist alles auf meine Hand gelegt, ja. What? Ich höre dir den einen Punkt, Alter. Komm, fick dich, Alter. Hahaha, GG. Wir kommen zum zweiten Game. Und zwar Higher und Lower um zwei Punkte. Aber Freunde, bevor Vilan und ich ins nächste Game gehen, kurze Information für alle meine PlayStation 5-Ads, die das Ganze hier gucken. Und zwar ist endlich Schluss mit In-Game-Voice-Chats, die sich so anhören. Denn es gibt jetzt endlich Discord für PlayStation 5. Alles, was ihr dafür machen müsst, ist auf Einstellungen gehen, Connections und dann müsst ihr euren Discord-Account mit eurem PlayStation-Account connecten. Jetzt müsst ihr nur noch einen Voice-Channel joinen oder einen Group-Chat hoch swipen und auf Join on PlayStation klicken und das war's. Aber jetzt könnt ihr super easy mit euren Teammates oder mit euren Freunden über Discord, über eure PlayStation 5 labern. Falls ihr also eine PlayStation 5 habt, checkt das Ganze mal aus, Freunde. Vielen Dank für Sponsor und Discord und jetzt viel Spaß weiter mit dem Video. Wir machen drei Runden Higher-Lower, einfach auf der Higher-Lower-Seite. Classic. Dann drei Versuche und dann haben wir verloren. Und wir gehen full mute. Okay, bis gleich. Alright, let's go. Green Mile und Miss Universe. Ich würde sagen, Miss Universe hat weniger. Bro, als wäre es nicht schon schlimm genug, dass ich verkackt habe, muss ich mir jetzt hier noch so der Dark Orbit-Werbung reinziehen. All right. Ja, GTA hat mehr. Ist easy. Geocaching hat weniger. Keine Ahnung, wer ist. Bro, holy shit. Was machst du auf dieser Website? Bro, 60.000 ist aber auch nicht so viel. Ist halt mehr. Keine Ahnung, was Madman ist. Oh mein Gott, Bro. Cornuria, was ist das? Ist das so schnarchen? Larry Bird. Keine Ahnung, er ist. Ah, scheiß Anfall. Okay. Robert Redford. Der sieht irgendwie bedeutend aus. Ja. Let's go. Gay, Gay hat mehr. Hälfte ist alleine schon von Mike. Keine Ahnung, was das ist. Kanada. Boah, hat weniger, würde ich sagen. Waaat? Was? Oh mein Gott. Oh, es ist so schwierig. Oh mein Gott. Shut the fuck up. Wie viel hattest du? Wie viel hattest du? Sag du erst. Also ich bin gerade bei sechs, aber das ist mein bester Run bis jetzt. Hatte sieben. Jetzt habe ich auch sieben und jetzt? Hatte fünf. Abgelogen. Ach so. GG. Die zwei Punkte gehen an dich. Nächstes Game, wir spielen jetzt Wikirace. Wir machen eine Runde, wir brauchen ein Anfangswort und ein Endwort. Wenn du magst, können wir bei Rosins Restaurant anfangen. Okay, wir fangen bei Rosins Restaurant an. Ich habe es spontan schon offen. Wikipedia, Rosins Restaurant. Okay, und wo wollen wir hin? Sag mal. Lass uns probieren zu. Bitcoin. Bitcoin. Genshin Impact. Genshin Impact ist stark. Mega random, deswegen. Genshin Impact ist stark. Okay. Okay, jetzt bin ich ready. Okay, go. Ja, Bro, wie go? Wie warst du einfach go, Bro? Du kannst einfach go sagen. Doch, wir probieren doch einfach zu Dingen zu kommen. Nein, nein, nein. Lass ganz kurz die Regeln machen. Lass uns die Regeln machen. Du darfst alles anklicken, nicht STRG F benutzen, nur blaue Links anklicken und man darf nicht zurückgehen. Okay. Also wenn du zum Beispiel bist auf Deutschland, du gehst auf Angela Merkel und dann gehst du wieder auf Deutschland, weil das bei Angela Merkel anklickbar ist. Das geht, aber du darfst nicht die Zurückplatten des Brawlers benutzen. Ja, okay. Okay. Drei, zwei, eins, go. Okay, wir gehen auf Doku-Soap. Wir gehen auf Reality-TV. Wir gehen auf Genre. Wir gehen auf vielleicht Gaming. Computerspiele. Wir gehen auf Open-World-Spiel. Wir gehen auf, oh Gott, Far Cry. Legend of Zelda. Legend of Zelda könnte sein. Das ist so ein bisschen so ähnlich, I guess. Science-Fiction-Fantasy. Videospiel. Gehen wir mal hier hin. Positive Effekte, negative Effekte. Kritik. Gibt es hier irgendwie eine Liste an die kratzesten? Inhalte, Computerspiele als Industrie. Verkaufszahlen. Äh. Ah, fuck. Oh, wie kommt man auf Genshin Impact? Online-Spiele, MMO. Runescape. Ich gehe mal auf Online-Spiele. Oh, das ist mega Arsch. Multiplayer vielleicht? Das ist ein bisschen random, ne? Peer-to-peer. Gehen wir mal bei MMOGs rein. Im Grunde ist es ja eine MMO, oder? Computerrollenspiel. MMO-RPG. Oh, fuck, bro. World of Warcraft. Ich weiß nicht. Vielleicht könnte ich über den Pay-to-Win-Faktor gehen. Ich glaube, Genshin Impact ist ein Pay-to-Win-Game. Ähm. Die Anfänge. World of Warcraft. Nutzergemeinschaft. Clan. Spuck-Using. Sandbox. MMO. Boah, ich weiß gar nicht, wo ich hingehen soll. Wir gehen mal auf Guild Wars. I don't know. Ich bin vollkommen verzweifelt, Leute. Online-Spiel. Wir gehen nochmal Multiplayer. Boah, ich bin komplett verzweifelt. Ich hab's, ich hab's, ich hab's. Boah, krass. Ich bin bei Genshin Impact. Ja, wie bist du da hingekommen? Äh, wo haben wir angefangen? Bei Frank Rosin, ne? Warte, ich geh mal zurück. Ich gucke einfach mal den Zurück-Button jetzt. Geht, ist das ja in Ordnung. Ja, mach ungefähr einfach. Muss ich jetzt nicht genau sagen. Ich war bei Rosins Restaurant. Dann bin ich auf Filme gegangen. Von Film bin ich zu Walt Disney. Von Walt Disney bin ich auf Star Wars. Star Wars Videospiel. Videospiel, Videospiel-Genres. Und dann bin ich zu ARPG. Und dann hab ich Genshin Impact gehabt. Was ist ARPG? ARP, ich glaub, keine Ahnung. Heißt halt so. Ich weiß wirklich nicht, für was es steht. Ist das Asian RPG? Ne, ich glaub nicht. Oh, Anime RPG. Anime RPG. Oh mein Gott, Bro. Action Rollenspiel. Ich bin so eh nicht gegangen. Okay, GG. Das sind drei Punkte für dich wieder anwälte. Eine Case in Counter-Strike. Wer mehr hat gewinnt. Alter, um vier Punkte. Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott, ist das ehrenlos. Guck mal, da hab ich noch eine. Darf ich noch eine? Okay, auf die Plätze. Fertig. Go. Go, 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 go. Bitte, 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 bitte. Nein, oh, ich hab ne Blaue. Ich auch. Ich hab ne abgesägte Front von der Hexenbrett. Ich hab ne Max-7-Voraussicht. Okay, jetzt gucken. Oh. Wo, wie geht das? Info, oder wie? Meines Field testet und dann rechts die Community Market. Wo ist die? Ah, hier rechts klick. Ne, doch, auf Community Market verkaufen, ne? Ach du Scheiße. Okay, sag. 0,9 Cent. Nein! Wie viel hast du, wie viel hast du? Ich hab sieben, Bro. Oh mein Gott, Digga. Oh mein Gott, Digga, als ob ich jetzt so Punkte überlegte, ist das scheiße. Und wir kommen zu Spiel Nummer 5. Wer wird Millionär? Ach du Scheiße, der Geil. Ach du Scheiße. Wir machen Spiel des Tages. Diese erste Frage, wir machen Risikovariante, ja. Und Side Limit, nein. Und wir zocken so lange, bis du falsch machst und das Höchste, was du hattest, zählt. Alright. So, Chat wird zugemacht. Durch einen anderslauten Urteilsspruch wurde schon so manche Verordnung von einer Speise ex getrunken, von einem Menü runtergestürzt, einem Gericht gekippt, eine Mahlzeit verschluckt. Okay. Soll die Couragierteste unter den Bewerberinnen gekürt werden, befindet man sich womöglich bei der Wahl der Werdruss, Unwille, Stinklaune, Missmut. Ja, wie ist das scheiße, Bruder. Wer vor Antritt einer Reise entsprechende Warnungen in den Wind schlug, der ist trotz möglicher Abenteurer, Abenteuer, Abenteuer, Risiken, Risiken, Gefahren, Gefahren. Ah, okay, Gefahren, Gefahren, ist trotz möglicher Gefahren, Gefahren. Nicht nur Köche denken beim Stichwort Sauna an Schwitzen. Womit hat man es im Hinblick auf den Autor bei Max und More zu tun? Dickicht, Buschwerk, Gestrüpp, Unterholz. Also, eigentlich muss es B sein. Weil Dickicht, also wenn da irgendwer Dicke mit Nachnamen heißen würde, das würde man wissen. Unterholz ist zu random, Gestrüpp auch. Es muss B sein. Oh mein Gott, let's go! Okay, wow, Dick, holy shit. Ein Ovulationstest wird von vielen benutzt, um intelligenter zu werden, muskulöser zu werden, schöner zu werden, schwanger zu werden. Dicker, ich habe keine Ahnung. Bro, ich glaube, ich muss den Telefonjoker benutzen. Also, ich tendiere krass zu A. Also, C und D ist es nicht, oder? Obwohl, vielleicht ist es D. Ich meine, das ist ein Test, bei keinem davon benutzt man einen Test, um intelligenter zu werden. Intelligenz testet man ja nicht. Muskulös testet man auch nicht, schöner auch nicht. Bro, es muss D sein. Ja, oh mein Gott. Okay, das war easy eigentlich. Bundestagspräsidentin ist seit dem 26. Oktober Bärbel... Oh mein Gott, keine Ahnung. Basmati-Reis. Es muss ja eigentlich Bärbel-Reis sein, oder? Die heißt ja nicht Bärbel-Tea. Oder Bärbel-Bass. Also, es muss Reis sein. Was? Was? Wie viel hast du? Ja, äh, 1000. Oder 1000 war... Nee. Bei 1000 war die Frage... Wait, du hast die 1000-Euro-Frage verkackt? Ja, ich hab bei der Frage, ähm... Oder ich weiß nicht, war es die 1000- oder die 2000-Euro-Frage? Da war die Frage, wie heißt die Bärbel mit Nachnamen? Ich hab Reis angetrunken. Oh mein Gott, ich hab denselben Fehler gemacht. Digga, jetzt hab die Bärbel-Bass-Zeit. Das willst du mich verarschen? Ja, ja. Vor allem, weil das so Basmati stand da ja, ne? Oh mein Gott, was machen wir jetzt? Coin-Flip? Zahl bekomm ich. Und go. Ja, GG, Digga. Wieland gewinnt. Ja, perfekt. Arschgeil, Digga. Es läuft richtig gut. Let's go. Let's go. Das macht sie unfassbar aggressiv. So, wir kommen jetzt zu Shellshock. Eine Runde. Let's go. Dann hast du jetzt, nachdem du in zwei Games, in denen du 900 Stunden hast, zusammengerechnet, ähm, hast du jetzt, steht es jetzt 10 zu 14, ne? Digga, wie, wie er macht, Digga. Wir spielen den Spot gestern, die CSGO Daily Spots. Das sind drei Stück. Okay, aber wir müssen nach oben auch in Valorant rein. Äh, aber so Just for Fun, oder? Nee, richtig. Machen wir beide? Ja, oder? Oder wir können auch noch was anderes aus der Valorant nehmen, aber irgendwie zwei Sachen. Bro, Valorant bist du halt immer besser. Hab ich, hab ich, würdest du sagen, ich hab ein CSGO und vorteil? Ja, ich glaube schon, ich würd schon, dass du ein CSGO? Äh, 3500. Da gibt es 600, Bro. Da hast du klaren Vorteil. Du hast einfach 3000 Stunden mehr auf den Karten verbracht, als ich. Alright. Dann, ähm, gut lag. Tschüss. Alright, was haben wir hier? Äh, das ist Sandwich. Das müsste, äh... Warte, wo ist der A-Spot? Wait, what? Wait, what? Ist das hier A? Wait, hä? Ach so, ah, wait. Hier ist Kitchin. Okay, oh my God. Bro, what the fuck? Äh, das müsste hier sein. 99 Punkte. Let's go. Next guess. Soll ich den Kreis da drauf setzen, wohin gezeigt wird? Oder da, wo die Person steht, die da hinschaut? Also, ich hab's jetzt so gemacht, da, wo die Person steht. Aber ich mach, dann mach ich das auch so, okay? Boah. Da, da bin ich richtig schlecht. Ich kenn mich gar nicht aus. Ich mach mal einfach hier in die Mitte rein. Irgendwo so... Hier so vielleicht? Das sieht aus, als wäre das hier so eine Ecke. Oder vielleicht hier? Bro, keine Ahnung. Wir bleiben mal hier. Naja, Bruder, das war's komplett. Null Punkte, geil. Geil, läuft ja mega nice. Oh mein Gott. Ich glaube, das ist Second Mid. Äh, warte mal. Wo ist Inferno, Inferno, Inferno? Das hier ist der T-Spot. Äh, das müsste dann also hier so sein, würde ich sagen. Vielleicht ist es aber auch hier. Ich sag mal hier. Was? Okay, also ich bin mit CSGO fertig. Er addiert am Ende deine Punkte. Lief nicht so gut. Bei dir? Aber ich mach noch... Ich hab noch einen Gäst, hab ich noch. Einen Gäst, hab ich noch. Ich hab 185. Du? Hallo? 99. Was? Dann hast du ja nur den ersten Gäst richtig. Halt die Fresse, Valorant jetzt. Krass. Wow, wow. Ach du Scheiße, irgendeine Lampe, Digga. Ach, wir haben gar nicht dieselben gehabt dann. Nee, jetzt in Valorant. So, ich bin noch nicht bei Valorant. Warte, Back. Viel Erfolg, viel Erfolg. Ach du Scheiße, ich hab so lange kein Valorant mehr gespielt. Oder hier? Ich würd jetzt mal hier sagen. Ich mach's mal hier rein. Nice! Nice! Ja? Wie viel hast du? Ich bin noch nicht fertig, what the fuck. Ich brauch noch kurz. Hast du eh verloren, also... Wie, ich hab eh verloren. Ich hab 299 Punkte. Ja. Also, ich mein... Ja, ich brauch's nicht mehr mal suchen, Digga. Was ist das? Ich kann's nicht mehr gewinnen. Wir spielen jetzt Golf with your friends. Um 8 Punkte. All right. Wie, Land, Wilde. So, ich fang da mal an. Mit dem ersten Stoßer. Mach mal. Oh! Warte, ich mach's dir nach, nur besser. Ja, stark. War er sehr, sehr gut. Na ja, war zu stark. Ich muss noch reinkommen. Okay, wir haben beide 2 gewahrt. Okay, ich swear. Zweite 2. Zweite, nehmen wir. All right. Okay, nehmen wir. All right. All righty, mighty. All righty, mighty, Digga. Tschüss, ins Dorf. So, ein Loch in 1. Digga, wie scheiße, Bro. Was? Ja, du hast halt einfach 13 Stunden mehr in dem Game. Irgendwann schreibt in den Chat, ich steh auf Füße in mir. Warum? So. Wundervoll. Hast du wieder mit 2 Schlägen gemacht, oder was? Klar. Hä? Strenge dich mal an. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Bro. Was? Ey, Bruder, also, ist geil, wenn die Oli ein bisschen länger geht, aber du musst nicht trollen. Du kannst dich trotzdem nochmal anstrengen. Ich bin natürlich am Nebenbeißen. Ja, okay, easy, easy. Das war eine easy Map. War es möglich. Ich druck Sachen aus meinem 3D-Drucker für Seven vs. Wild. Nee. Bruder, hast du jetzt eigentlich für deine Metallplatte da schon jemanden gefunden? Du hast ja wirklich auf jedem Social Media Action gemacht für die Metallplatte. Hast du da jetzt jemanden für? Nein. Würd ich nicht. Bruder. Ah, der verhungert. Gut zu wissen. Wie er macht, als würde es ihm was helfen. Oh mein Gott, so verdient. So verdient. So verdient, Bro. So verdient. Holy shit. Okay, den mach ich first try. Watch this. Okay, ist trotzdem sehr gut. Oh was? Den wird wieder auf jeden Fall verkacken. Ja, okay, du hast drei, I guess. Wie machst du freie Kamera, dass du dich umschauen kannst? Ah, benutze ich gar nicht. Ach so. Ich habe die Map schon so oft gespielt, dass ich die in- und auswendig kenne. Ist also ganz schön fair, meinst du? Ah, shit. Ich sollte dich zuerst schlagen lassen, I guess. Auf der anderen Seite machst du mir nach und verkackst. Ist auch geil. Ey, wir sind aber, also dafür, dass du weitaus weniger gespielt hast als ich, sind wir krass evil gerade. Ich habe nur drei Schläge weniger. Ja, aber das wird es halt immer mehr, ne? Die werden nicht einfacher, die mehr. Ich muss dich als erstes schlagen lassen. Reden wir nicht drüber, was zum Fick. Kann man hier auch hüpfen? Äh, nur auf Wasser. Okay. Moin. Okay, ja, ist nicht mega geil, aber ist okay, I guess. Boah, sehr wichtig. Danke wieder, dass du nochmal verkackt hast, auf korrekt. So wichtig, so wichtig. Wieland, du bist der beste Junge. Mach du mal zuerst? Wie mach ich, freie Kamera, Chat? C. Ich. Er steht legit unten rechts daneben. Da ist ein großes C, Bro. Ich will einmal sehen, was man hier machen muss, bevor ihr das macht. Ich bin nach dem anderen Pferd rausgekommen. Komm, mach du. Und ein Hole in one. Digga, was? 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 Ja, ja. Bro. Ich hab noch niemanden gesehen, der da oben nochmal hängen bleibt. Wie zum Fick. Oh, das ist das Schlechteste, was hier hätte passieren können. Oh. Oh. Bro, das war krass. Oh mein Gott, das wäre so heftig gewesen. Oh, du hast hier einen weniger. Okay, krass. Krass. Okay, du hast einen aufgeholt wieder. Mach du. Ich warte auf dich. Kors hat einen für den Sub, Bro. Killer, Gockel, Makaroni, Silas. Vielen, vielen Dank, Mann. Okay. Nicht bad, I guess. Oh mein fucking Gott. Das hat's denn genauso viel gebraucht, wie ich glaube. Wie hast du drei gebraucht? Ich musste halt dann noch um die Ecke kommen, ne? Digga, ich kriege teilweise Steam-Abfolge, weil ich so scheiße bin. Das ist so ein Fick. Das ist so toxic. Moin. WB. WB, Digga. WB, Alter. WB tiltet mich komplett. Das ist geil. WB, Bruder. Das habe ich so lange nicht mehr gehört. Boah, ich habe richtig viel gebraucht für die. Nee. Oh nein, der Bruch. Der Bruch. Der Bruch. Oh mein Gott, wir sind even. Oh mein Gott. Geil. Also einfach nur geil. Du bist einfach was Geiles, ne? Ne? Danke. Du auch, Wieland. Mach du mal wieder als erstes. Ich habe jetzt immer als erstes gemacht. Hm? Da kommt Scheiß auf dich, ne? Meine Berechnungen waren anders. Meine Berechnungen haben mehr Sinn gemacht eigentlich gerade. Ja, dann würde ich dich ganz gerne zuerst sehen. Nein, 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 nein. Boah, ey, Bro, die Map habe ich noch nie gemacht. Ich weiß leider gar nicht. Ich mache ihn nicht, ne? Ich glaube, man muss ihn zum Linken. Ich mache ihn nicht. Dann lassen wir die Zeit ablaufen. Jetzt mach doch, ey. Was ist das für eine Scheiße? Oh. Das ist was komplett, Digga. Ich habe es auch nicht geschafft. Da kracht das Bro. Heb die Schere, Bro. Bist du schon drin? Ja. Du noch nicht? Echt jetzt? Oh nein, ich sehe dich noch da hinten rumgucken. Ey, Bruder. Es ist die schlechteste, die ich je gespielt habe. Oh. Oh mein Gott. Okay. War aber krasser Safe. Not gonna lie. Not gonna lie. Die nehmen wir. Scheiße. Okay, wir haben genauso viel. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wieder danke, dass du so kacke bist. Weil ich bin so arsch gerade. Wow. Du hast die Web 15 Mal gespielt. Okay, wir haben noch vier Maps. Vier Maps. Jetzt du. Hä? Oh, strong, Ichi. Schade. Oh, Wiedland verkackt auch. Oh mein Gott. Will Bro so bad. Das heißt verkackt, Alter. Da war einfach ein Loch zwischen mir und dem Loch. Okay. Drei noch. Wir sind immer noch gleich, Digga. Oh mein Gott. Das ist so. Das ist so intense. Okay, watch this. Watch this wieder in Welte. Ja, mach dich neu. Ich schau. Schneid dich an. Ich schneid mich an. Oh nein. Okay, krass. Da würde ich dann mein kleines, lockeres WB raushauen an der Stelle. Shut the fuck up. Ich muss jetzt auf Risiko gehen. Nee, musst du nicht. Ich habe es auch voll verkackt, ne? Ich habe es zu kurz gefragt. Tim muss unbedingt neue Mikrofon-Popschutz kaufen. Der hier stinkt echt ekelhaft. Ist das geil zum Zuschauen. Oh mein Gott. Okay. Okay. Züch, wohin? Okay, drei. Guck mal, bitte braucht vier Wieland. Bitte vier. Oh nein. Oh nein. Ich muss mal kacken einfach jetzt. Nein. Okay. Oh mein Gott. Es geht alles jetzt um die letzte Map. Oh mein Gott. Hä? Das ist halt random, ne? What? 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 Bro, das habe ich noch nie gesehen. Das hat, das hat. Oh mein Gott. Wie das auch verkackt. Bro, das habe ich noch nie gesehen. Das ist noch nie passiert. Oh, ist das, oh Junge. Oh, ist das tiltend, Junge. Ist das tiltend. Oh mein Gott. Oh, wäre noch mal ein Disco-Spec gewesen. Nein, ich habe verloren, oder? Hast du. Du hast verloren. Du hast verloren. Du hast verloren um einen Punkt, Alter. Um einen Punkt. Du hast die Map einfach schon 15 Mal gegen Basti gespielt. Zum ersten Mal gegen mich. Wow. Ich habe die Schwimmante bekommen, Kevin. Ich glaube, die ziehe ich mir jetzt auf. Halt deinen Maul. Oder bleibe ich doch beim Tritts-Lehrer-Tops. Halt deine Fresse. No joke. Oh mein Gott. Ich hasse dich so sehr. Wie viele Punkte waren das? Viele, Bro. 6, 9. Das ist da. Das ist 8 Punkte. Boah, ein Ding. Das ist 29. Holy shit. Okay, wir spielen jetzt Tricky Towers, Bro. Um 9 Punkte. Ja, das Ding gewinnst du halt, ne? Das hast du letztes Mal auch schon gewonnen. Ich habe da Spielzeit-Check. Sag Spielzeit, ehrlich. 3 Stunden. Ich habe 16 Minuten. Habe ich dich letztes Mal so schnell gefickt. Mit 16 Minuten. Wahrscheinlich noch schneller, ja? Es geht darum, so schnell wie möglich, nach ganz oben zu stapeln. Du kannst mit U und I so nach links und rechts die Dinger machen. Und mit J und K kannst du Items benutzen. J ist meistens ein gutes und K ist ein schlechtes für den Gegner. Okay. Ey, krass, du hilfst mir ja wirklich. Wie random. Soll ich dir sagen, warum ich es gemacht habe? Warum? Damit Wilbo das in den YouTube-Cut mit reinschneiden kann und der Zuschauer versteht, wie das Game funktioniert und das die Watchtime steigert. Mir ist scheißegal, ob du das Game verstehst. Ich habe auch schon verloren, glaube ich. Okay, dein Tum sieht aber auch richtig scheiße aus. Schlima, du siehst scheiße aus. Nein, sorry, du siehst nicht scheiße. Das war nur Spaß. Ich bin halt auch letztlich sicher, wenn ich jetzt auf die Mutter gehen solle oder so. Wie er macht. Er drückt auf die Mitleidbrüse. Hier, du kriegst ein Fragezeichen. Schrei. Schau rein in mein Tumau. Boah, mein Turm ist jetzt aber wirklich langsam ein bisschen goofy. Boah, ich brauche jetzt mal so eine Insel. Ah. Ich vergesse mal, dass es auf Zeit geht. Ich baue hier ganz auf entspannt mein Tum. Ah. Okay, ich habe mir doch ein bisschen Zeit lassen. Ah. What? Okay, alles entspannt. Ich habe hier eine Insel. Ich muss jetzt noch ein bisschen hoch. Dicke, du hast auch noch eine Insel bekommen. Wie lucky. Oh, oh mein Gott, das ist sehr gut. Oh mein Gott, das ist dick. Basti weint gerade. Ich habe es übergeschaut. Nach einer Minute von 1 zu 0 gegen den HSV. Der Mann ist safe so gebrochen. Nein. Nein. Ich wollte mein eigenes Verzögern. Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was ist das? Oh mein Gott. Nein. Oh mein Gott, fick dich. Es ist ein Turnier, es ist ein Turnier, wir spielen ein Turnier. Du hast doch nicht gewonnen. Oh wow. Du hast doch nicht gewonnen. Du hast doch nicht gewonnen, es ist ein Turnier, Bro. Ich habe nicht gewonnen. Oh. Ach, Dicke, wie ein Nerv. Wirklich wie ein Nerv. Der Sound vom Sieg. Der Sound vom Sieg. Ey, wieder du nervst mich noch mehr als Basti, wenn er gewinnt. Geil, so muss es sein. Aber Buschhaut und Basti, ich glaube, der HSV verliert gerade. Echt? Ja. Ist das geil. Geht mir noch viel besser. Das ist doch jetzt nervig, oder? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ist wichtig, dass dir das richtig nervt einfach. Oh mein Gott, Bruder, ich brauche jetzt unbedingt noch eine Insel. Hier, mach den, zack, viel Spaß. Boah, ich weiß nicht, ob ich das jetzt re-covern kann von hier. Kann sein, dass du die zweite Rote auch mitnimmst. Digga, wieder mal ein bisschen so gut in den Games. Du suckst es uns mit allen. Nein, tue ich nicht, Bro. Ich weiß nicht, wann das mal aufgestanden, wo das herkommt, dass ich schlecht bin in den Games. Das habe ich gerade erfunden, keine Ahnung. Nein, nein, alle sagen, ich denke mal, wenn du willst, shit, Alter. Das ist nagt übel an mir. Wir facken Natur-Talent. Sag ein Game, in dem du gut bist. C-Score. Valorant. Fortnite. Ja, okay, reicht. Ich weiß nicht, muss er dich nicht angeben. Das gewinnst du halt, ne? Nee, mein gottloser Bastard-Turm fällt gleich wieder um. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Nein. Ich kotze. Oh mein Gott. Oh Gott, so wichtig. Boah, es hat Schaum was gebracht, wie gesagt, das abfuckt. Aber trotzdem sehr wichtig. Nein. Nein. Oh mein Gott. Oh. Wow. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, ist noch nicht vorbei, ist noch nicht vorbei, ist noch nicht vorbei. Ich muss nur die nächsten zwei Dinger in Row gewinnen, habe ich es. Habe ich schon gewonnen, wenn ich jetzt gewinne? Ich glaube nein. Not schon. Perfekt, die hat mal den ersten Scheiße platziert, mega nice. Ich weiß hier immer nicht, was ist hier die ultimative Strap für den Anfang? Ja, ich habe auch keine Ahnung, Bro. Also, Che wird jetzt aber schreiben wie, ah, gut bauen, Digga. Ja, danke, Bruder. Aber so, was ist für real gut? Nervt das ein bisschen? Hat auch nicht genervt leider, ne? Nee, hat nicht genervt, war verwurzelt. Junge, Wieland baut mehr in die Breite als in die Höhe und du verkackst trotzdem. Ruhe, bitte. Der Luftballon hat gar nicht genervt. Okay, sehr schön, die Ranke ist krass, zack. Boah, sehr clean. Nice. Okay, gerade läuft's. Jetzt eine Insel, Bro, ich bin glücklich. Boah, Digga, Eis kommt gerade gar nicht geil. Oh mein Gott. Oh mein, oh mein, oh mein Gott. Ey, Bruder, ach, ist das kacke. Ist es das? Bro, mein Turm wackelt aber auch. Ja, Bruder, ich sehe schon, meiner wird nicht wieder umfallen. Bitte in die Insel. Oh ja, Ranke nehmen wir auch. Ja! Boah! Ey, ne. Ich verliere. Boah, ich kann es nicht mehr. Ich kann es nicht mehr. Ich kann es nicht mehr. Wie viel? Bro, und jetzt ist hier der Scheiß So, was? Was ist das? Was ist die beschützende Tricky Towers ever? Ich hab's, ich krieg's auch gar nicht gebacken gerade. Bro, guck mal, wie... Ist ja geil, was du da machst aber auch, ne? Oh mein Gott, danke. Darauf habe ich gehofft. Komm, bitte lass dein Ding umfallen. Das wäre gerade so wichtig wie noch nie. Nein! Oh, Mann, nein. Oh, Alter. Oh mein Gott, Digga. Oh, das ist ganz lang. Ich tue's doch so an die Seite, einfach nur um mich abzufacken, Alter. Oh mein Gott. Das war Basti auch immer. Ich hasse das. Das fack mich für real ab. Das ist so... Das ist so un-satisfying. Alter, ich muss jetzt die nächsten... Jetzt muss ich für real die nächsten zwei gewinnen, sonst ist es over. Ey, aber dann ist aber unentschieden, ne? Nein, 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 nein. Der, der erstes kickt, als erstes die Punkte. Deswegen kann ich noch gewinnen. Ey, wie unfair. Nein, 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 shit, das ist für real nicht over. Trust. Wenn ich jetzt beide beieinander gewinne, dann hab ich's noch. Das nervt mich jetzt ein bisschen, ne? Ich lass es einfach nicht dazu kommen. Oh, du fucking dogshit bist in dem Game. Oh, shut the fuck up. Das hält. Digga, ich dachte, ich hol mir jetzt einen easy win gegen Wieland und jetzt macht er diesen, Digga. Das fack mich so ab. Du spielst das wirklich so langsam, das nervt so hart. Oh, sehr gut. Verloren, ne? Ich glaub nicht, dass ich den, dass ich das Ding recovern kann. Ja, Bruder, wie er wieder macht, egal. Gleich ist er auf einmal. Guck mal, wie das aussieht bei mir. Guck mal, wie das aussieht bei mir. Auf einmal ist er gleich wieder oben, Bro, ich seh schon. Ich hab mich verklickt. Ist mir egal. Wer hat gefragt? Oh nein. Ja, das ist sauber das Ding. Sorry. Ich schick dich so die sieben Stunden Rosinen-Reaktion gleich rein. Wenn wir hier fertig sind, Alter. Kannst du schön wieder weitergucken, die Scheiße. Was mach ich? Bin ich dumm? Ja, war mein, war gut. So, jetzt, come on. Ja, komm, mach fertig. Oh mein Gott, alright. So wichtig. Und jetzt guck dir an, hier. Guck's dir an. Komm, wieder, guck's dir an. Ja, guck's dir an. Schau, guck's dir an. Da war rechts aber nicht so viel zum Wegsprengen. So ein scuffedes System aber auch, ne? So, wenn ich das jetzt gewinne, hab ich gewonnen noch. Das ist echt scheiße. Verloren. Nein, 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 nein. Der, der erst ist, kriegt die Punkte zuerst ausgezahlt. Dadurch hab ich die Möglichkeit noch zu gewinnen. Ist hundertprozentig so. Könnt ihr darauf achten. Jedes Mal, wenn wir Punkte bekommen haben, hat erst der bekommen, der erst ist. Das ist die entscheidende Runde gerade. Ist sie wirklich? Oh mein Gott. Hier, mal so ein Klopper. Ich hoffe, es hilft hier nicht. Boah, das hab ich gut gesaved. Nice. Ach, der scheiß wohl ein Klopper, ne? Der Klopper ruiniert mich tatsächlich. Insel, Fundament. Aha. Ja, nehmen wir auf. Dann machen wir hier, so. Ich hab verloren, ne? Ist das ein scheiß Game, ne? Oh mein Gott. Kann nur die Klopper nicht mehr bauen. Ich kenne das gerade so hart wie dann. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Okay, gut. Saved, I guess. Oh mein Gott. Bitte mich. Bro, bitte. Oh mein, oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, GG, Bruder. Ich könnte dir das doch? Ah, shut the vert color. Ich bau' Fundament jetzt. Nice! Ja, perfekt nochmal alles weggebrochen, bevor das Fundament kam. Mega geil. Jetzt könnt ich's hier unten sitzen. Boah Bruder, warum ist das so intenscion. komm jetzt noch ein fundament bitte oder eine insel ach du scheiße du hast mich mehrfach gefickt mit deinem was bei mir auch bei mir ist auch aber das feld ist gleich oh mein gott oh mein gott oh mein gott geiler selbst geiler selbst so bin ich in dem game wie das da hängt ich kann gar nichts mehr machen so sauer ich glaube ich sollte jetzt einfach nur chill ich meine technisch gesehen kommt ja viel immer näher also wenn ich jetzt hier einfach warte oder ich glaube ich könnte auf toxisch einfach jetzt hier warten kann ich zu dir rüber und ich sabotieren scheiße ich wusste nicht dass er wegkriegen soll ich glaube ich habe gewonnen oh mein gott ist das geil oh mein gott ist das schön alter wie fühlt sich das das bricht mich gerade wie fühlt sich das denn jetzt an kevin halt wirklich einfach dein maul ja perfekt und weißt du was wir jetzt reingehen was sie ist go one we won ok good luck bis wir alle ganz kurz ganz kurz bleib mal kurz hinter der kiste noch ja noch nicht schießen und bis wie viel geht es denn jetzt ja genau bis wie viel kiss machen wir ich würde sagen bis einer 15 kills hat das geht ja schnell oder so eine runde oder willst du jetzt ewig rumsneaken und so lass einfach bis 10 machen oder oder aber geht es bis 16 es geht bis 16 glaube ich wie normale game dann machen wir das machen wir das machen wir das ok und go easy so ein sauber easy die spawns einfach ein sieben von boah was habe ich denn so ehrenlosen spawn bro real rap boah boah no way boah lass dich hin alter komm setz dich hin oh mein gott jesus die leute haben mich immer den deutschen scream genannt die leute haben einfach gesagt du sollst nicht screamen bro du sollst in die fresse halt das haben die gesagt jesus ist das dieser deutsche ist das diese deutsche one tap legende 10er sub gift wenn du es schaffst viel und einmal mal zu neifen die allen in eins drückt nein du hast es gesehen oh mein gott du bist klar wie ich es gesehen das ist keine zeit für 10er sub gift die sind egal gerade gut hat so i ein es der machen yahoo aber wenn wir schliff oder knack oder wo im karton ganz kurz 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 ja was denn ich wünsche nur meine käme woanders hin und wir können 321 go perfekt jetzt habe ich die cam weg geswitcht genau in dem moment gibt monto online insers 83 in 3 ich lösche mich jetzt mal streng ich das geht immer es ist eine version gute hälfte der hälfte ich habe jetzt meine feuerschlange mit der doppelt so gut rein du guckst sieben stunden am tag rosinen restaurant für die miete aber kauf den cs ne fucking fire serpent du ich bin übel am cs grinden eigentlich also jetzt nicht so doll am cs grinden aber feuerschlange ich lösche mich nein nein ich hab die gar nicht umbenannt die heißt ganz normal nein nein aber du hast die sogar genutzt achso ist ja die ak feuerschlange was soll ich jetzt machen oh kämpfst du jetzt einfach in irgendeiner ecke doch mal oh mein gott fucking cringe ja wieso cringe wieso cringe oh mein gott digga was mache ich ja jungs wirklich die löschein 3k stunden oder wieland spielt jeden tag ich hab das letzte mal von zwei monaten gespielt ich bin jeden tag ich schau jeden tag auf ein kusins restaurant boah alter aber er gibt mir kraft der junge mach halt eine dumme fresse wirklich boah wenn ich sehe wie er jetzt HETTE WOL ach scheiße hab ich nicht gesehen boah du verlierst gegen jemanden der feuerschlange sagt oh mein gott wow knapp jetzt entscheidungsrunde ich hab jetzt sechs matchpoints hopp and swing ich freu ich tapp mich jetzt oh gott was war das ich tapp mich jetzt einfach mal oh mein gott ich tapp jetzt nur noch so ich tapp jetzt das ist so geil wir müssen halt das so eine oli machen das macht so viel Spaß 3500 stunden hast du in dem Game ey wirklich wieder wir machen das nie wieder Bro wir machen das nie wieder Bro das geile ist wir spielen nachdem wir CSGO gespielt haben jetzt nochmal um elf Punkte einen weiteren Shooter, und zwar Rounds. Der ist noch schneller, aber man muss noch besser aimen. Cool, Mann. Pass auf, folgendes. Ich bin jetzt gerade dran. Ich kann jetzt ein Upgrade mir auswählen, okay? Es ist ein... Also oben geht es, glaube ich, bis fünf Punkte, also bis einer von uns fünf Punkte hat. Und die Power-Ups addieren sich. So, alright. Was wähle ich aus? Oh, let's go, let's go. Alter, es gibt ein Respawn. Oder ich nehme fünf Bullet-Bounces. Dann bounce es fünfmal ab. Ich glaube, ich nehme den Phönix. Falls ich sterbe, komme ich noch einmal wieder. Okay. Mach das. Das wirkt sehr OP. Kriegen wir dieselben? Dafür habe ich weniger HP. Nee, du kriegst andere. Ich glaube, ich nehme Bullet Speed und Damage. Okay. Dann good luck. Was hast du genommen? Achso, warte. Bullet Speed und Text. Bro, what the fuck? Aber du lebst wieder. Digga, Bullet Speed ist ja über... Bro, holy shit. Uh, Alter. Bro, du bist jetzt legit ein Sniper. Ich kann gar nichts machen von der Range hier. Bleib weg. Aber du lebst wieder. Boah. Digga, holy shit. Okay, ich habe die erste Runde verloren. Ich nehme... Ja, ja. Bullet Spawns Bombs that explode after half a second. Und... Bungemon Bullet Speed. Moin, Papa. Ja, nehme ich auch. Ich nehme auch Bungemon Bullet Speed. Ich nehme auch Bungemon Bullet Speed. Ich nehme auch Bungemon ist krass, aber, ne? Ich nehme auch Bungemon ist krass, aber, ne? Max, easy, du hast dich selbst umgebracht. Schön, nehmen wir. Boah. Was? Easy, easy. Ey, Marv, viel Liebe, Bruder. Viel Liebe. Freut mich, dass ihr hier abschalten könnt. Digga, es mal deine Schäden, Jungs. Ah, okay, ja, du blockst dann und der nächste Schuss ist megastark. Okay. Ist ein kleines Game, aber, ne? Ja, das ist sehr geil. Bro, holy shit. Oh mein Gott. Oh mein Gott, du bist stuck da drin einfach. Jetzt bin ich stuck. Oh! Ich hab geblockt. Get wrecked. Ist das dumm? Was? Was? Okay, ich hab nochmal Respawner. Wow! Bro! Epic! 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 Comeback! Ich nehme Small Up. Ich nehm die Bombs, wenn ich block. Respawn viel zu gut. Ja, das ist sehr op. Boah. Jetzt musst du nur runterfallen, dann hab ich's. Fall mal runter wieder. Oh, der schieß ich einfach tot. Keine Chance, also keine Chance. Boah. Du lebst jetzt halt wieder, ne? Boah! Das war krass. Nice shot. Boah, okay. Boah. Boah. Digga, wieder ein welter Aim Gott, einfach. Boah. Nice. Krass. Puh, trotzdem secured. Punch more HP. Ey, ich hab für so eine Scheißfähigkeit genommen, ne? Es ist vollbracht. Nein! Geht gut investiert. CL 500, ab jetzt wird radiert. Frisch foliert und ich wollte nochmal Danke sagen. An alle Fans da draußen. Danke für den Kranken. Und jeder hält die Fräse, wenn wir auf die Tanke fahren. Bro, was machst du? Junge Wieland, what the fuck? Oh, okay, nevermind, GG. Hallo Lattensepp, jedermannsly reminder, dass durch dein schlechtes A-E-M-2-Charaktere beide Quory gestorben sind. Kuss und Grußblatt-Tree. Nice, let's go. Bei den Quory sind nicht zwei Leute durch mich gestorben. Das Game war einfach scheiße gemacht. Das war null vorhersehbar. Ey, ich hab eigentlich blockiert. Nein, gut. Bruder, wie kacke du bist. Wie er macht, Bruder. Er stellt sich vor mich. Was? Einfach respawn, hä? Bro. Dann spiel halt besser. What the fuck? Die Cam ist so klein, damit ihr alles sehen könnt, Chad. Kannst du so in der Luft schießen? Ja. Echt? Ja, watch this. Was genau? Was genau? Machst du gerade, Bro? Keine Ahnung. Das war mir gerade eine Nummer zu denken. Oder sag ich ehrlich. Was hast du gerade für einen Abblick genommen? Ich hab genommen, dass... Oh, let's go! Ich hab genommen, dass wenn ich eine Zeit lang stillstehe, dass ich dann irgendwas spawn, Alter. Dann lass ich dich einfach nicht stillstehen, oder? Er steht auf der Stelle. Ich kann ihn nicht tun. Bruder, was ist das für eine Scheiße? Das macht halt nicht mal was, ne? Wie OP. Und fährt es runter? Oh mein Gott, ist das toxic. Oh mein Gott. Nice! Boom! Ich hab noch gewonnen. Was? Ey, du hast einfach... Das ist so dumm, Alter. Respawn ist so lichterlich. Fuckin' easy! Hä? Fuckin' easy! Und da gehen 11 Punkte auf das Papa-Platte-Konto. Das schmeckt. Und wir befinden uns bei 18 Punkten jetzt. Alright. Wir spielen jetzt eine Runde Preise erraten wieder. Alright, was haben wir hier? Was haben wir hier? So ein Android-Phone. Das ist ein bisschen unfair. Da kennst du dich ein bisschen besser mit aus. Ja. Tragen, 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 tragen. Ne, kann der... Ne, oder? So, ich pack mal den hier rein. Was meinst du? Ist nicht schlimm, oder? Ah, cool. Das klassische 40-Euro-Handy. Bruder, was kann das? Nichts? Kevin, bitte denk nicht nach jedem Sieg, dass du doch gut bist. Alle wissen, dass du objektiv schlechter bist. Shut the fuck up. Okay, nächste Runde. Gut, merk jetzt nicht, dass du dein Handy für 40 Euro... Ah, perfekt, noch ein Handy. So. Ja, also mehr als das darf es nicht sein. Ja, okay, nice, finde ich. Die ersten Punkte. Schön. War ich zu weit weg, um überhaupt Punkte zu kriegen? Ja, wenn du mehr als doppelt so viel hast, dann kriegst du gar keine Punkte. Digga, wer installiert auf seinem Handy Avira, Bro? Guck mal das Handy an, Alter. Ach, scheiße, da kennst du dich besser aus, Alter. Ja, ich als alter Vlogger. Du bist so ein alter Vlog-Azt, Alter. Ich als alter Vlog-Hase. Ich hab wirklich gar keine Ahnung. Oh, okay, wir sind aber fast gleich. Ich hab nur ein bisschen besser. Was ist das überhaupt? Oh, ich glaub, ich weiß, was das ist. Ich glaub, ich weiß auch was. Ich glaub, das ist ein Staubsaugerbeutel. Wir spielen ohne Chat, ne? Ja. Ich glaub, das ist nicht so günstig. Ich würd grad teuer sein, aber dann hätt ich ihm geholfen. Ja, perfekt. Meine Mindgames haben ja perfekt funktioniert. Du hast einfach fast genau gegessen, was dieses Produkt kostet. Ja, was klar war, was du wirklich so günstig, Alter. Wir brauchen nichts zu schildern. 1.8.7. Bitte halt mal deine... Okay, was haben wir hier? Ah, okay. Ah, okay, check. Nintendo DS, ne? Ja, Nintendo DS, der ist ja ein bisschen älter auch. Der wird nicht so viel kosten, glaub ich. Das ist ein 3DS, das weiß ich nicht, der ist neu. Glaub auch nicht, tatsächlich. Der ist relativ neu. Der ist relativ günstig. Der kostet... ...80 Euro, wie viel das Ding ging. Ladekabel, was zahlt man da dafür? Ja, nicht mehr als so, oder? Sag ich. Das Ding ist, was wir dann vielleicht nicht sehen, hier kommt es mit Games. What? Was? Aber wieso schreiben wir denn beide 80? 240, Digga. Das sind 480 Mark. Bro. Holy shit. Hat der doch neu damals nicht gekostet, oder? Ach, chillig. Ach so, übrigens, falls ihr das Spiel nicht verstanden habt, wir müssen erraten, wie viel diese Produkte bei Ebay kosten. Also, für die Leute, die es nicht gecheckt haben, you know? Ich hoffe, für dich, da kommt jetzt nicht, wie teuer Holz ist. Kracher. Machen wir mal den hier. Ich mache auch mal den... Oh! Nein! Nicht so gut. Geil. Digga, warum bist du so gut da dran? What the fuck? So ein Flohmarktatze. Und so ein Gebrauchtkaufatze. Weißt du, ich kaufe Sachen nur... Prinzipiell nur gebraucht erst mal. Außer, es geht nicht anders. Okay. Hast du einen Fingert. Ja, das wird sehr teuer sein. Ja, glaube ich auch. Wie kostet so ein Kind? Kracher. Oh, Mann, ey. Hast du schon gegessen? Ja. Nice! Digga, 35 Euro für Huren, so ein Stoffariel oder was? Ja, wir haben oft mal... Du warst halt im Disneyland nicht mit, ne? Sieht man, merkt man, dass du im Disneyland nicht mit warst. Ey, sorry, Mist, ich habe mir für 140 Euro einen Laserschwert zusammenbauen lassen. 270 Euro. Nein, du laverst. Doch, das war extrem teuer. Bro, was? Aber das TikTok davon hat 1,2 Millionen Klicks gemacht, deswegen. I take it. Bro, du laverst. Hat 260 Euro gekostet oder so. Nein, kein Scheiß. Ey, Romatra, wie heißt du auf Insta... Dein Profil kann man nicht finden. Romatra- Unterstrich. Hä? Echt jetzt? Kann man mein Profil einfach nicht finden. Ich glaube, das wurde gehackt oder so. Ah, Schnauze. Naja, schade, juckt auch, he? So, das ist doch Tonis Auto. Scheiße. Ah, das ist ein richtig schwerer, ich kann es gar nicht einschätzen. Ja. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! What? Ich habe es auf die Cent genau genailt. 8000 war vielleicht ein bisschen too much, Alter. Aber das ist doch ein Mercedes, oder? Da ist es keine... Holy shit! Ah, okay, ich verstehe, was es ist. So ein Stuhlüberzug. Naja. Das ist ein klassischer, das ist ein klassischer, der hier. Na, moin. Scheiße, 9 von 25. Ich verliere die Runde schon wieder. Das nervt, Alter. Verlieren nervt. So hast du dich jetzt die ganze Zeit gefühlt. Das fuckt ja mega ab. Ruhe, bitte. Aha. Was ist das? Jojo? Das ist ein Jojo, glaube ich, ja. Mit Dinosaurier aber drauf. Deswegen wird der viel wert sein. Limited. Ja, okay, sorry, Digger. 14 Euro Jojo, Bruder. Weil Dinosaurier drauf ist. Ach so. Etro-Style Jojo. Ey, Jojo sind vielleicht ganz teuer, weiß ich nicht. Oh, heute ist ein schöner Tag. Hey, ich sehe nichts. Ich auch nicht. Wir machen beide, lass beide 10 Euro einfach reinmachen. Auf korrekt. Heute ist ein schöner Tag, Freunde. Die Nvidia-Aktie geht nach oben. Und somit mein Konto stand. Oh Mann, ey. Ich warte, wo ist der Kevin Teller hin, der sich wundert, wo die Millionen vom Konto auf einmal hinsieht. Ja, halt deine Fresse. Das habe ich so, das ist so out of context, Bro. Das hast du genau so gesagt. Ich habe nicht einfach so gesagt, ey, Leute, mir ist eine Million verloren gegangen. So, ey, wie sieht es mit einer Aktien aus? Und du dann so, ah ja, ich weiß nicht, ich habe letztens auf mein Konto geschaut und da fehlt irgendwie einfach eine Million. Hat er gesagt. Oh mein Gott. Oh Mann. So, ich glaube, das ist eine klassische, klassische Deal hier. Ja. Jo, ach so, wieder ein Guest auf 13 Euro, Digga, willst du mich verarschen? Bro, 50 Euro. Bruder, es ist eine Esprit-Uhr. Das ist ein Stück Scheiße, ein Esprit? Digga, lass mir die Esprit-Uhr in Ruhe, was für ein Stück Scheiße. Was, das WD-40 in Scuff-Version? Ja, es ist WD-40 in den Arschloch rein, Alter, wenn ich die fertig bin. Gefickt, Digga, holy shit. Oh mein Gott. Ja, sorry, Digga, Fettspray, Alter, für Wielands Arschloch. Digga, ist das Scheiße. Ey, geil, das ist ein M-Gag wie ich, witzig. Ich wollte dir das sagen, für deine Mutter, aber da dachte ich so, das ist 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 so. Ich bin auch richtig glücklich. Das wird nicht bei Sam vs. Ich sitze dann da und mache mit meinem Woodworking-Scribe Woodcutter von East Shipping. Digga, da steht Fast Shipping, bist du dumm. Was für East Shipping, Bruder. Komm, mach jetzt. Willst du mich verarschen? Ja, sorry, drei Euro. Und ich rate auch noch drei Euro, Alter, geil, 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 geil. East Shipping, Bruder, ich sterbe. Oh, der kommt mir mit East Shipping. Oh, der gute Xeo-Volt-Akkuschrauber braucht aber, der wird dann nicht so teuer sein, wenn der gebraucht ist. Das kann ich nicht so richtig einschätzen. Oh, das ist ein guter Call mit dem Gebrauch, dann gehen wir mal für den hier. Ja! Was? Wichtige Punkte, wichtige Punkte, Ulrich, geh wieder in die Führung. Schön. Gerade mal wieder Portfolio angeschaut, bei Scalable Capital, was kam bei Tesla los, Fett 30% im Plus. Das schmeckt, geil. Und Saphir, danke auch für die drei, Kuss. Aha, aha, okay, ein Teekessel. Ein neuer Teekessel mit schönem Holzgriff, der wird viel wert sein. Gehen wir mal für den hier rein. Ah, wohl. Ne, wir machen mal den hier. Ist ja Inflation und auch so, ne? Wow, okay, das hast du gut gegessen, aber meinst du auch nicht so megaarsch? Ja, meinst du auch. Ah, sorry, das ist anscheinend eine Espresso-Maschine. Das möchte ich mich wirklich entschuldigen, Leute. Espresso-Kocher, keine Maschine. Ich habe 6666. Ey, die sieht aus wie bei dem Chef Strobel New York Airbnb. Boah, das ist so ein geiles Video, ne? Aber weißt du, weißt du, Chef Strobel hat das ein bisschen verdient? Weißt du, wieso? Weil der immer überall nur das Günstigste sucht. Der Typ verdient 15.000 im Monat, weil der so am Networken ist und dann spart, dreht er jeden Cent um, wenn er eine Woche Urlaub in New York macht. Das ist auch, das finde ich so verrückt. Finde ich aber geil. Aber wenn du mal einen Urlaub in New York machst, dann musst du nicht in das Airbnb gehen, was er genommen hat. Die Leute schreiben 15 ohne 1000, Bro. Jungs, chill, chill, what the fuck. Also verstehe mich nicht falsch. Und ja, die ist von Mercedes, aber 280 Euro für die hier bekommt man nirgendwo, Bro. Also wen haben die hier verarscht? Also so Gebrauchteile von Mercedes, generell von so Markenautos, sind schon teuer. Ah, das ist wieder von East Shipping. Was ist das überhaupt? Da ist es wieder, Digga, East Shipping. Ich glaube, es ist ein Bild. Ich weiß ja gar nicht, wie groß oder klein oder der Scheiß, Alter. Ey, Mann, der macht 5 Euro. Oh, es ist East Shipping, Alter. Junge, diese Wichser, die kennen mich mal. Das ist ein Artcraft Pattern Killtime Tools. Junge. Oh. Jo, schick. Oh, das finde ich mal richtig schwer. Ich auch. Nein. Weißt du wieso? Meine Freundin hat halt so eine. Das ist halt ein bisschen ein Cheatcode. Oh nein. Oh, ich brauche einen Banger noch. Einen Hitter brauche ich noch. Boah, 9,2 Megapixel. Krass. Ist das der Preis? Nee, ne? Ich glaube eher so. Ich bin mir jetzt auch nicht so sicher. Ich kann grad nicht einschätzen, wie neu das Ding ist. Ja. Ich bleib mal hier. Brand neu? Nein! Nein! Oh mein Gott! Ich bin grad von 300 auf 400 hochgeswitcht. Ich kotze! Ich hab gedacht, das ist ein gebrauchtes Ding, Alter. Weil das so unglaublich scheiße auskommt. 35 Euro WLAN geht's dir gut. Okay, das ist was günstiges. Nice, nice. Aber auch mehr Punkte als WLAN. Sehr wichtig. Come on, ich brauche einen Big Hitter jetzt. Ich brauche noch einen Big Hitter. Gib mir noch mal irgendwas, was ich eh schon besitze. Was ich jetzt genau weiß nicht, wie es sich aussieht. Digga, wie er macht. Als hätte er alles einfach, was ich eh schon besitze. Boah, hast du den? Ah, guck mal, den hab ich doch. Skirr, Skirr in meinem Audi. Bann er die Kurve zu krass, Digga. Ich hab absolut keine Ahnung, ne? Das könnte dein... Ja, ich auch nicht. Ja, komm. Scheiß drauf. Ich glaub so. Das glaub ich nicht. No, wir haben beide 4, 5. Das ist halt insane, ne? Oh mein Gott. Ich hab halt schon gedacht, das ist nicht günstig, weil es ist ein Cabrio und das sieht nach gut instandgehalten aus. Ja. Ich dachte halt, manchmal ist es halt so nur Ersatzteile oder so. Das kann manchmal random sein. Okay. Was ist das? Ist das so wie so eine Vago in groß? Nee, ich hab keine Ahnung, was das ist. Noch nie gesehen in meinem Leben. Machen wir den hier. Ja! Ja! Keine Punkte bewidern und ich bin in der Führung. Scheiße. Richtig! 10 Euro? Aber du kriegst noch nicht 10 Stück, oder? Oder kriegst du 1 für 10 Euro? Du kriegst noch nicht 10 Relais? Das ist mir so scheißegal. Ich hab 500 Punkte bekommen. Das ist das Einzige, was 10 ist. Oh, 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 oh. Oh, das ist krass. Das könnte richtig teuer sein. Boah, das ist jetzt richtig schwer. Boah, ich geh auch für den hier. Ich hoffe, es enttäuscht mich nicht. Fick dich, Kevin. Was für richtig teuer. Das sind sechs kleine Mini-Modelle. Bro, diese Modelleisenbahn-Scheiße. Alter, deine Fresse. Diese Modelleisenbahn-Dingern können manchmal richtig teuer sein. Ja, aber nicht so ein Plastikaufsteller. Alter, Junge. DJI of Budget. Pass, East Delivery ist wieder am Start. East Delivery. Ja, komm. Oh, ich darf nur nicht zuverkacken. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ich hab gewonnen, ne? Oh, mein. War das schon die letzte Runde? Die letzte Runde. Oh, mein Gott, Bro. Was für 50 Euro, Digga. Fuck, Alter. Ich hab schon gedacht, gleich... Was ist das, was kann man damit machen? Fliegt man einmal und beim ersten Flug fliegt der erste Rotor einfach links ab. Bruder, eine DJI davon kostet 1000 Euro. Was für 50 Euro, Bruder, was kann man damit machen? Ach ja, die haben übrigens die Lampe verkauft. Kommt die aus dem Mickey Mouse Heft, oder was? Ja, du wusstest, dass sie die Lampe verkauft haben, ne? Nicht den Zug dahinter. Oder hast du gedacht, den Zug dahinter? Ey, ist in Ordnung. Ich rechne mir dann jetzt... Wenn ich ganz ehrlich bin, ist mir doch einfach ein Hartschuss egal. Wie viele Punkte rechne ich mir jetzt drauf? Äh, 12, ne? Damit wäre ich bei 60 Punkten. Das ist ja cool. Oh, mein Gott. Wir spielen jetzt Fortnite GeoGuessler gegeneinander. Um 13 Punkte, Bro. Okay, wir spielen 10 Runden. Fortnite GeoGuessler. Alles von Chapter 1. Wer am Ende mehr Punkte hat, hat gewonnen. Let's go. Okay, let's go. Alright, ich mute, ich mute, ich mute. Okay, mütest du dich, okay, okay. Okay, das ist easy. Das ist dieses Fußballfeld in... Oh Gott, wie heißt das? Ähm. Boah, ich glaube, es ist Pleasant Park. Das müsste... Ohne Chat, ohne Chat, ohne Chat. Ja, normal. Das müsste hier sein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es hier ist. Easy, Bro. Oh, 5.000 Punkte aus 5.000 Punkten. Fucking easy. Alright, Runde 2. Okay, was haben wir hier? Ja, okay, okay, das ist... Boah. Ja, das hat mir auf jeden Fall... Das ist so dieses Bomb-Ding. Vielleicht kann ich es anhand der Map irgendwie sehen. Das müsste Moisty Meyer sein, oder? Aber wo genau? Da ist halt das Wasser, I guess. Das heißt, das müsste dann so hier sein. Und, ladies and gentlemen, wir haben es fast wieder genailt. Holy shit. Holy shit, let's go. Oh, das hast du nicht so gut gemacht, Bro. Wie krass, du bist da immer ein bisschen näher dran zu sein, also echt krass. Okay, wir haben Runde 3. Okay, wir haben Runde 3. Boah, das ist das tricky one. Boah, wo war dieses Gebäude, Bro? Oh, ich hätte jetzt fast gesagt irgendwie so Flush Factory oder sowas. So, vielleicht so dieser hier. Ach, ist ein bisschen random. Boah, ich habe nicht so viel Zeit, Bro. War das hier was oben? Alter, Wailing Woods gab es auch noch krass. Anarchy Arcs. Oh mein Gott, das war so ein guter Spot zum Land. Ich könnte mir vorstellen, dass es das hier ist. Not true. Aber nee, warte mal, da sind viele Bäume. Das hier? Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist es, oder? Oh mein Gott. Warte mal, es ist, glaube ich, genau hier. Wie machst du das so? Bruder, wohin? Was für Salty Springs? Das ist ja voll verkackt. Was für Salty Springs, Bro? What the fuck? Ich habe die zwei Türme, ich habe die zwei Berge für die bei Dasty Depot gehalten irgendwie. Bro, das war aber mega lucky. Ich habe das gerade gefunden und es sah von oben genauso aus. Ich bin halt da gegangen, wo viele Bäume sind. Und vom Vibe her war ich schon links oben. Und dann war es da. Das war mega lucky. Wow. Okay, was haben wir? Oh shit, okay. Ich weiß nicht, ob wir hier im Schneegebiet sind oder nicht. Okay, das ist hier. Ach so, du hast alle Seasons ausgewählt, das neue Map. Wir befinden uns hier. Bro. Was soll ich sagen, Freunde? Was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Es ist fucking easy. Endlich mal ein Game, was ich kann. Hey, wie rasierst du deinen After? Nass oder trocken? Äh, nass. Immer mit Schaum auch und so in der Dusche. Man steht da mal wie der letzte Vollidiot, aber ja. Aber ich mache es auch eh nicht so regelmäßig. Ich weiß nicht, ob dir das schon jemand gesagt hat, aber du hast einen Rechtschreibfehler im Titel, mein Schatzi. Und wie lief das Turnier heute? Über das Turnier möchte ich nicht reden. Ähm. Und der Titel ist mit Absicht, äh, so, der ist mit Absicht falsch. Musste gerade für den Gesundheitscheck in eine Flasche pissen und weil das Ding so schwer wurde, ist es mir runtergefallen. Äh, also hast du jetzt Pisse auf dem Boden? Okay, was haben wir hier? Oh, das kenne ich, aber das könnte für real der hier sein. Oder der? Oh mein Gott, der hier, oder? Warte mal, das ist ein Truck. Sehe ich vielleicht hier irgendwo einen Truck? Ich glaube, das ist der hier. Ich meine, hier sind Apostel und, ähm, und Hand of Bloodmark gelandet. Könnte das sein? Aber wo genau ist das? Sag mal, ich habe noch 27 Sekunden. Da ist der Berg. Das heißt, wir befinden uns dann vermutlich hier. Oh mein Gott! Boom! Fuck it easy! Okay, wie dann hattest du aber auch perfekt? Good Job? Ja, good job, das ist Spandau gewesen. Ah, haben wir das so genannt? Ich habe auch gesagt, Apostel und Hand of Blood sind da immer gelandet. Ja, ja, Apostel und Hand of Blood waren da immer. Legendary Times, bro, legendary times. All right, ich müde. Was haben wir hier? Äh, am Wasser, bro. Hm? Oh fuck, wo hat man diesen Berg gesehen? Da hinten ist auch irgendwas. Ich könnte mir vorstellen, dass wir uns hier irgendwo befinden. Vielleicht ist da hinten auch was? Ja, ich überlege, ob das vielleicht dieser Berg ist. Aber der ist nicht so groß. Vielleicht das? Nee. Zehn Sekunden, scheiße. Ich glaube, ich gehe damit. Oh fuck, bro, das wird nicht richtig sein. Ah, marschieren. Nein! Nein, was? Hast du vergessen zu drücken? Hast du zu lange überlegt? Bro, aber ich glaube, ich hätte eh null Punkte gehabt. Ich war auf der anderen Seite der Map. Oh, ist das tiltend. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wenn ich jetzt deswegen verliere, bro. Der Scheiße, ne? Wo sind die Total Standings? Ah, okay, du bist zum Glück so scheiße, dass ich noch aufhören kann. Easy. Schau mal. Bin ich vorne hinter dir? Äh, vor mir, aber nicht viel. Okay. Ja, ich habe auch einmal null gegessen. Da, wo ich bei diesen Depot-Wixern war. Okay. Taken wir. Okay, puh. Ich glaube, ich weiß, wo das ist. Ich glaube, das ist hier. Hier so roundabout. Okay, hier ist diese große Mauer. Vielleicht ist es das. Hier ist so eine Hütte. 25 Sekunden. Fuck, bro, das ist schwer. Ich glaube, ich gehe für den. Oh, wünsche mir Glück. Oh, da oben. Nein! 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 Oh mein Gott, ich war perfekt. Oh mein Gott, no way. Oh mein Gott. Okay. Okay, okay. Wir haben das, 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 das. Hier ist Eis. Okay. Das muss ja dann eigentlich roundabout hier so sein, oder? Das ist dieses Haus. Das ist dieses andere Haus oben drauf. Hier ist dieses Haus. Das ist diese Hütte. Und ich stehe gerade hier so. Kann aber auch hier sein. Das ist auch dieses Haus. Und auch der. Und hier ist halt so ein bisschen wenig grün. Das würde hier passen. Also dann würde ich hier stehen. Und hier ist dieser Mattweg. Ich habe noch 16 Sekunden. Ups. Was ist hier hinten? Ja, ich glaube, das ist es eher, oder? Oh, ich hoffe. Ja, doch. Hier sind auch ein paar grüne Bäume. Ja, ich glaube, das ist es. Alright, let's go. Bitte. Ja! Ja! Ach, wieder war auch da. Scheiße! Bro, wieder war sogar näher dran, bro. What the fuck? Oh, das ist easy. Das ist easy. Da ist Micky immer gelandet. Und ich auch. Das ist Anarchy Arx, glaube ich, hieß es später. Und das hier ist dieses... Ich glaube, das ist das Haupthaus. Das müsste das hier sein, right? Ich glaube, das ist hier. Ja, doch hier ist dieser Baum. Das heißt, ich stehe so hier. Wow. Das bringt gerade Memories wieder zurück, Freunde. Wow. Good times. Ich hoffe, wie dann verkackt den hier irgendwie. Come on, wie dann bitte verkackt. Tau, Bro. 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 Bro, was? Was war das wieder? Hallo? Ich war beim Falschen, hä? Oh Mann, ey. Das musst du mich aber auch ums Mikrofon kennenlernen. Bro, warum habe ich den fucking USB-Sound gehört im Discord? Ja, weil mein Mikrofon verabschiedet ist. Wo ist Ovalstanding, Total Standings? Bis vor mir? Ja, jetzt ist es vorbei, ne? Oh mein Gott. Was? Oh Mann, ey. Letzte Runde, letzte Runde. Hoffentlich ist es schwer. Oh, okay. Die Season habe ich auf jeden Fall nicht gespielt. Hier ist die Mega Mall. Digger, ich weiß nicht. Ist es das? Oh, fuck, Bro. Okay, da ist dieser große Pinko-Roboter. Wo ist der? Oh, fuck, Bro. Das ist jetzt packendig. Oh, das ist nicht gut. Oh, das ist nicht gut. Was ist das? Hier sind auf jeden Fall gelbe Autos, blaue Autos, pinke Autos, orangenes Auto. Oh, das ist das. Hier, das steht schräg. Oh mein Gott, das sind die, oder? Ist das ein gelbes? Oh! Ich müsste hier sein. Bitte. Bitte. Ja, 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 let's go. Oh mein Gott, let's go. Fortnite-Geo gestern gewonnen. Bro, das war übelst geil. Holy shit. Das hat richtig gebockt. Das hat richtig alte Zeit wieder gemacht. Geil. Das heißt, es sind 13 leckere Punkte auf mein Konto. Somit bin ich bei 31 und hole langsam auf. So, jetzt spielen wir Subway Surfer, wer weiterkommt. Okay, let's go. Good luck. Okay, es geht nicht um Coins, es geht nur um Reichweite, haben wir gesagt, ne? Korrekt. Wird das irgendwann schneller? Oh mein Gott, was ist das? Ja, ja, es wird schneller. Ich denke, ich habe hier so ein Pogo-Ding. Holy shit, what the fuck? Das hatte ich auch. Vielleicht haben wir einfach dieselbe Map, das wäre witzig. Ich bin gerade so richtig weit geflogen. Du auch? Äh, nee. Achso, doch, doch. So oben drüber, ne? Oh fuck, Mann. Ich habe meine Cam genau über meine Reichweite. Ich glaube, ich auch. Ich kann gerade nicht hingucken, es ist jetzt fix. Ich glaube schon, ja. Okay. Bei mir nicht. Ah! Oh mein Gott. Ich mache mal, dass meine Cam-Runde nicht einfach Pause gemacht hat. Ah, nee, habe ich nicht, oder? Warum, was wir auf Pause machen? Hä? Man kann doch jederzeit stoppen und wieder starten. Ich wollte schauen, ob der Cam-Überreichweite ist. Das bei mir nicht. Digga, willst du noch kurz Pause einlegen? Finger ausruhen oder was geht jetzt ab? Ich kann meinen Finger gerne in deinen Arsch schieben. Ist das, wäre das in Ordnung? Ja, ich habe Erfolg. Du? Ich auch. Sag mal, ich sage, so ein simples, geiles Game, Alter. Ja, wegen dem Game haben so viele Leute hier am Mathematik-Abitur nicht geschafft, weil die das einfach gezockt haben im Unterricht. Das hat so vielen Leuten einfach das Leben ruiniert. Denkst du? Ja. Ich habe verloren. Oh mein Gott, wie viel Reichweite? Ich, tausend, also tausend einen dort, wie viel Reichweite warst du? Pff, Arsch, boll, du bist bei fast 2000. Oh mein Gott, easy Points. Was ist da passiert? Easy Points, easy Points. So, das sind dann 14 Punkte, wenn ich richtig gerechnet habe, für mein Konto. Ja. Dann bin ich bei 45 und hole langsam Aufruf. Oh, und jetzt spielen wir eine Runde Kniffel gegeneinander. Stark. Ja, hast recht, nee, die Seite ist mega geil. Ist doch chillig. Die ist mega Hammer. Also, da kann wirklich, da kann die Switch-Version so krank einpacken. Es ist fucking Kniffel, du kleiner Wichser. Ey, wirklich viele Leute, die sich auf YouTube gucken, ich glaube, wir schneiden es einfach raus, Leute. Und präsentieren euch hier einfach jetzt, wer gewonnen hat. Weil, Digga, die Scheiße kann sich ja keiner reinziehen. So, und jetzt, ich glaube, die, die ich anklick, bleiben und der Rest wird wieder gerollt. Das müssen wir jetzt einmal ausprobieren. Okay. Ich habe jetzt das gewürfelt und ich klicke jetzt zwei an. Das ist nicht echt. Das ist nicht echt. Und würfeln neu. Das ist nicht echt. Checkst du? Das ist nicht echt, Digga. Ah, nee, warte, so. Schlag den Rat. Das ist, sag mir bitte, das ist nicht echt. Das ist nicht echt. Nein. Nein, nein, nein. Nein. Das ist eine kleine Straße, oder? Nein. Nein. Wer ist er? Wer ist er? Wer ist er? Ich sterbe. Wer ist er? Schlag den Rat. Ich klicke ab. Nur den hier neu. Ich klicke ab. Ich klicke ab. Ganz kurz. Ja? Ganz kurz. Warum steht er bei dir oben? Schlag den Rat. R-A-H-B, Bruder. Bruder, was ist das, Digga? Schlag den Rat. Ich sterbe. Die große Straße ist immer 40, ne? Bruder, weißt du, dass er A-R-A-A-B geschrieben wird? Ja, ich A-R-A-A-B, aber ich habe keinen Bock von ihm verklagt zu werden, deswegen habe ich seinen Namen anders geschrieben. Ich habe gerade eine große Straße gewürfelt, viel Spaß. Oh mein Gott, ich habe die Lobby geleakt. Ist nicht schlimm, das Game hat schon gestartet. Okay, GG. So, du hast gewonnen, das war sogar ganz schön knapp, ne? So. Wollen wir das erste Game überspringen und direkt zu League of Legends gehen? So läuft es jetzt. Du gewinnst mit dem Nächsten nicht, sondern wenn dann mit... Warte mal, warte mal, ganz kurz, wie viel habe ich jetzt? Wie viel habe ich jetzt? Das ist das... Lass mich überlegen, das ist das 13. Game, right? Nee. 14. Game. 15. Game. 15. Game ist es, ja. Das heißt, ich habe jetzt auch 60 Punkte. Ist das richtig? Ach, doch. Wir haben beide 60 Punkte jetzt. Das heißt, das nächste Game, egal wer gewinnt, gewinnt. Man entscheidet. Wir könnten jetzt Schach spielen. Wir könnten aber auch auf Schach scheiß und einfach League of Legends spielen. So eigentlich, ich fände League of Legends der Befanny. Oh Gott, das tötet mich komplett. Ein League of Legends 1v1, bro. Wir können League of Legends spielen, das nächste Game ist egal, right? Weil man hat erst gewonnen, wenn man 77 Punkte hat. Ja. Und das nächste Game bringt 16. Das heißt, wir ändern beide 76, was egal wäre. So runterspielen, ne? Also ist halt auch Schwachsinn. Schach ist Wayne. Schach ist Wayne. Das heißt, wir spielen League of Legends. Lass rausgehen und einfach komplett rein. Lass den 1v1 Nidalee machen. Nidalee? Ja. Okay, ist das scheiße, Alter. Okay, geil. Oh mein Gott, alright. Also wer als erster 100 Minions hat, ähm, den ersten Turm kaputt gemacht hat oder den ersten Kill. Die Maid hat vielleicht erst mal noch gespielt. Was, könnt ihr noch schnell auf korrekt ne Wette machen? Hm. Ist das dumm, Alter. Dass das so endet, ist halt Schwachsinn. Ah, okay, so funktioniert der Ball. Ach, du hast den Schneeball? Ja, aus Versehen. Der war nicht mit Absicht. No hiding. Wohin, Junge? Hä? Wohin? 187 Cent Jizzes. Ey, können wir auf korrekt kurz eine Sekunde nix machen? Nein, scheiß auf die Wette. Scheiß auf die Wette. Scheiß auf dich, Alter. Boah. Digger, der Pok, der mit Schaut rein. Meine Speere sind nicht im Knochen der Bilderhaut. Hä, sind das deine Scheißdinger hier? Wieso sehe ich die denn? Psych wohin, bro? Hey, die Minutes greift nicht an, ne? Muss du aufpassen, wenn du nicht... Danke für den Tipp. Danke für den Tipp. Dann haben die Minutes akku auf dich. Das hat halt mich aufgeheilt, oder? Bruder, du musst, ähm, die Minions tanken den Pfeil, ne? Du musst an den Minions vorbei werfen, als kleinen Tipp. Echt? Ja. Boah, Junge, ich hab noch nie so gesweatet bei League of Legends, bro. Boah, what the fuck? Oh mein Gott. Oh! Hm. Ich wollte die Minions nehmen. Oder wohin? Ist es schon immer so, dass man diese Fallen kaputt machen kann? Ich weiß es nicht. Ich glaub, das war jetzt, weil es in der Reichweite von dem Turm war. Ah, das kann sein, ja, das kann sein, schon. Der deckt auf. Obwohl, die kann ich auch kaputt machen. Vielleicht ist es auch wegen Aram. Das kann sein. Oder die haben es neu geerdet, das kenn ich mich noch nicht. Ich nehme nur, was ich brauche. Ich kann gerade nicht reden, ne? Es tut mir unfassbar leid, es geht nicht. Ey, ich bin selten so im Fokus gewesen, ne? Alter, ich bin so im Fokus. Bruder, ich zocke gerade so, als würde es um 50.000 Euro gehen. Zum Glück haben wir heute noch nicht um 50.000 Euro gespielt. Fuck, Alter. Wieso ist das so sweaty? Ich kann auch gar nicht in den Chat schauen, ne? Also ich habe selbst... Ich auch nicht. Ich habe nicht in den Chat geguckt. Ich habe gerade keinen Fokus für den Chat. Da schreibt ja auch keiner, ne? Ja, bei mir auch ich nicht. Witzig, ne? Daneben? Ne, ich wollte es mit dir lassen. Achso. Gewinn das lieber. Willand wollte mal von Hanno, dass er in einem Tweet ein Statement gegen die Maskenpflicht raushaut. Oh, sick. Du wolltest mal von Hanno, dass er in einem Tweet gegen die Maskenpflicht raushaut. Ja, 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 ja. Bro. Das hat er aber nicht gemacht, offensichtlich. Scheiße, ein Slick. Wie viele Previews hast du? Äh, weiß ich nicht. Kann ich nicht schauen. 57, du hast sogar mehr? Oh mein Gott. Äh, die Fallen solltest du dodgen. Danke, Bruder. Guter Tipp. Ja, die Speere auch, Bro. Kleiner Tipp. Danke für den Tipp, Bro. Kein Ding. Boah. Scheiße, der Master. Okay, mein ganze Chat spammt gerade Kog aus in dem Grund. I don't know. Psychprobe hin. Boah, wie hat der getroffen? What the fuck? Boah, Junge, ich glaube auch nie jede scheiß Falle von hier rein. Ey, Bro, ich glaube, ich habe vergessen zu blinzen in den letzten 15 Minuten, Alter. Scheiße. Potenziell ich halt auch, ne? Früher fand ich es merkwürdig. Ich habe mich auf zwei Beine. Boah. Wie lange Welt du bist, du bist so eine geile Maus. Boah, du bist geiler. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich die gedutscht bin, aber let's go. Ich glaube, dass ich keinen Igniter wirklich so kann ficken, Bro. Ah, die Wildnis ruft, Bro. Too real. Oh. Ich bin ich. Herr ist der Packard. Boah, Digga, sorry. Ich kann zu real reden. Alter, ist das versweatet gerade. What the fuck? Und ich habe heute eine Anfrage bekommen für einen Dio, Werbung zu machen. Und ich hätte quasi eine Challenge machen müssen. Und das wäre dann sozusagen die Schwitzer-Challenge gewesen. Ja. Okay, wäre witzig ein bisschen. Bro, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich habe vielleicht gewonnen. Warum hast du so viele Creep-Cates? Warum hast du so viel geholt? So, ich lasse das halt einfach gut. Oh mein Gott. Digga, ich muss die kommitteln. Ich muss die kommitteln. Wow, ja. Oh mein Gott, ich habe voll... Ich habe links die Check geguckt und einer hat geschrieben, Jimmy, du musst all-in gehen. Verlierer sollte in den Random-Welt von 50, 150 Euro spenden. Oh, Digga, du hast 22 mehr Creep-Cates als ich. Holy shit. Wow, Alter. Wow, Alter, die verfehle ich nicht. Krass, ich musste, ich musste. Oh mein Gott. Du hast insane gelastet. What the fuck. Boah, das war das langweiligste Momofi-One, was ich je gesehen habe. Also ich war dauerhaft on Edge. Also ich war dauerhaft on Edge. Oh mein Gott. Okay, was willst du für einen Tweet machen? Boah, kann ich, da muss ich... Wie, dürfte ich sowas machen wie, äh, ich mach nicht bei Seven Wars White mit oder so eine Scheiße? Oder wäre das zu hardcore für dich? Also, nee, das wäre alles fein. Nur, ich würde jetzt nichts Politisches machen wie, hey Leute, wählt alle die NPD oder so. Das wäre jetzt kein guter Tweet, you know? Dürfte ich tweeten? Ich bin froh, dass HSV die Loser heute verloren haben. So ein unsympathisches Pack hab ich selten gesehen. Oh mein Gott. Das würde sich halt... Oh mein Gott. Ist das ein scheiß Tweet. Bin ich froh, dass der HSV heute verloren hat. Selten so ein unsympathisches Pack gesehen. Zwei klassische Mannschaft, hoffe, die bleibt in der zweiten Liga. Bro, es ist so ehrenlos. Ich frag mich, ob das jetzt, wenn man auf den Hashtag geht, ob das schon so mega weit oben ist. Oh mein Gott, Bro, es ist ganz oben. Ist das Erste, was kommt. Dein Top. Ey, war geil, war mir eine unglaubliche Freude. Ey, war wirklich sehr geil. Wir hören uns, ne? Ja.